Die Katze zeigt und freiwillig ihr Haar-Schen und wieder einmal nimmt sie es mit Humor Daniela Katzenberger 31 Teil. Beinahe alles mit ihren Fans im Netz von Peaks frisch aus dem Bett, bis zu den ganz grob Fragezeichen Ehen Glamour auftritten ist alles dabei. Doch die Katze ist sich auch nicht zu fein. Vermeintlich peinliche Momente zu viel Fragezeichen fändlich. Diesmal handelte es sich um einen etwas anderen Fashion-Fox-Pass. Wieder einmal postete die Frau von LucasCordalis50 auf Instagram ein Bild aus dem Solarium und schaute verdutzt in die Kamera. Dieser Moment, wenn du abends ins Solarium gehst und beim Anziehen merkst, dass du den ganzen Tag Legions anhattest, die komplett durchsichtig ist und es dir niemand gesagt hat, nicht mal dein eigener Mann, schrieb die Kult-Blondine unter dem Beitrag. Bevor Lor litt mit der 31J Fragezeichen Rien mit. Wegen sowas trage ich nie Legions oder so R geht es mir ab und so, wenn ich Legions trage, waren einige der Kommentare. Schon ihr letzter Solarium-Besuch ging ordentlich in die Hose. Damals handelte es sich aber um eine Art der Autofall. Grund da Fragezeichen R. Danis Gesicht war total verbrannt. Deshalb F. Fragezeichen T. Sie ihrem jetzigen Foto auch diese witzige Randnotiz hin zu PS. Diesmal war ich in einem guten Solarium und sehe nicht aus wie ein verbrannter Fleisch. Fragezeichen T. Sie wie findet ihr diesmal das Pieck von Daniela aus dem Solarium. Punkt Tipps F. Fragezeichen R. Pomi Flasch. Einfach E-Mail an tipps at promiflasch.de Punkt Tipps FotoB Ki Kronkel Punkt Tipps Foto Punkt Tipps Foto